Hallo Freunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von JJCooking. Heute möchte ich euch etwas über die sogenannten Veterinär-Kontrollnummern, abgekürzt Veterinär-Nummern, erklären. Hierfür habe ich vier Produkte aus vier unterschiedlichen Ländern bereit, um diese euch etwas besser erklären zu können. Ich habe eine österreichische Buttermilch, einen griechischen Fetterkäse, sowie einen original italienischen Parmesan und ein deutsches Butterschmalz. Veterinär-Nummern sind von der EU vorgeschrieben und müssen auf allen Produkten, wo tierische Erzeugnisse vorkommen, gekennzeichnet werden. Diese lassen eine Rückverfolgung besser auf sich schließen. Beginnen wir einmal bei der Milch. Hier haben wir AT für die Landeskennung, für den Betrieb eben die Nummer darunter, in diesem Fall 30960. Wenn ich diese dann in einer Suchmaschine eingebe, werdet ihr auch sehen, von wem dieses Produkt hergestellt wurde. Beim Fetterkäse seht ihr deutlich, es handelt sich wirklich um einen griechischen Käse, sprich GR. Beim Granapatana können wir uns genauso sicher sein, da haben wir die Landeskennung IT und beim Butterschmalz DE. Also, seid vorsichtig, wenn ihr in Zukunft bei irgendwelchen Discountern einkauft, somit wisst ihr, ob griechisch draufsteht, auch griechisch drin ist oder italienisch draufsteht, ob das Produkt aus Italien kommt und ich werde euch jetzt im Anschluss an das Video noch kurz zeigen, bei der Veterinärnummer AT 30960 EG, welcher Betrieb das war und lasst euch nicht übers Ohr hauen mit irgendwelchen falschen Produkten und bis bald euer JJ. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020